Die Ausbildung Ah, irgendwie macht der nichts zu explodieren Die Grenade hat er keine, oder? Warte mal, ich hol den Strider Aber warte, ich hole halt schneller Granate. So, kann du doch wegrahmen. Na, dann geht das Trader am Ende auch noch mit in die Luft. Ne, ne, normal nicht. Ne, normal. Seid ihr bei dem Spiel mal nicht immer so sicher. Ja, ist doch, lass mir jetzt schnell Granate holen. Ne, ich will das jetzt mal ausprobieren. Wenn das Trader drauf geht, dann höre ich nächstes Mal auf dich. Na, ja, warte mal. Eben. Explodiert.